Diese idyllische mittelalterliche Szene könnt ihr vielleicht noch heute Abend bauen, denn alles, was ihr dafür benötigt, ist das Lego Set 10305, die Burg der Löwenritter, genauer gesagt nur die erste Hälfte davon, die den zivileren Abschnitt der Burg beinhaltet. Der Marktplatz mit Fachwerkhäusern, den ich daraus gebaut habe, passt gut zum Medieval Market Village von 2009 und geht damit in eine ähnliche Richtung wie das Anfang 2023 geliebte Mittelalterdorf. Natürlich seht ihr hier gleich alle Details und Funktionen der fünf einzelnen Modelle, wie dieses gelb-schwarze Fachwerk, das ich aus der winzigen gelben Burg gebaut habe und was passiert, wenn man das Windrad der Mühle dreht. Am Schluss zeige ich euch aber auch noch die Kombination mit meinem Umbau des zweiten Teils der Burg. Unsere Reise beginnt bei der bescheidenen Hütte der Bauernfamilie, wo ein einfaches Leben umgeführt wird. Auf dem an das Häuschen angrenzenden Feld werden Getreide und Gemüse angebaut und auf dem Klotz auf der anderen Seite wird Brennholz für die kalten Nächte gehackt und trocken gelagert. Aus der Quelle daneben fließt klares Wasser für die Bewohner und die kleine Ziege. Und im Inneren der mit Stroh gedeckten Hütte finden sich ein einfaches Nachtlager und ein Esstisch am warmen Kamin. Mit dem Ochsenkarren können allerlei Waren zum Markt gefahren werden oder Kurierdienste erledigt werden. Die geräumige Ladefläche kann dabei ganz unterschiedlich genutzt werden, zum Beispiel um einen gefällten Baum zu transportieren. Kommen wir zur Windmühle, in der das Korn des Bauern gemahlen wird. Der Müller hat hier auf einem Fundament aus Stein ein Bauwerk mit braun-weißem Fachwerk errichtet. An dem mit blauen Schindeln gedeckten Dach nistet ein Vogel direkt hinter dem leichtgängigen Windrad. Über Zahnräder wird der Mühlstein im Inneren der Mühle angetrieben. Dort hat der Müller außerdem einen Arbeitstisch mit Schubladen, wo er die Qualität des Mehls überprüfen kann. Dieser Sack Mehl steht schon bereit, um in das nahegelegene Dorf gebracht zu werden. Besuchen wir als nächstes das Gasthaus zur tänzelnden Pfanne, wo das Mehl schon erwartet wird. Das Gasthaus steht direkt an einem Brunnen, der ein markantes rotes Dach hat. An der seitlichen Hauswand, direkt neben einem angelieferten Fass, rankt Wein nach oben, wo eine Fahne anzeigt, dass ein Zimmer frei ist. Über dem Vordach des Eingangs findet sich das Werbeschild des Gasthauses, bestehend aus einer goldenen Pfanne und dem Zunftzeichen. Im Inneren gelangen die Gäste links über eine Treppe in die Gaststube, darunter steht ein Fass mit Zapfhahn. Am Ende der Treppe ist eine kleine Froststatue und darüber kann die Wirtin eine Luke zum Gästezimmer öffnen. Dort warten ein komfortables Bett und eine Flasche mit Wasser auf erschöpfte Reisende. Werfen wir einen Blick auf die andere Haushälfte, die ein noch aufwendigeres Fachwerk aufweist. Der Schornstein deutet schon an, dass sich hier die Küche befindet. Diese hat einen gefließten Boden, eine Feuerstelle mit Topf und Pfanne und einen Arbeitstisch, an dem gerade Wurzelgemüse geschnitten wird. In der beheizten Gaststube darüber wartet schon ein gedeckter Tisch mit Brot und Getränken bei Kerzenschein. Kommen wir zum Schiff des reisenden Händlers der Forestman, der gerade dabei ist, am Kai der Ortschaft anzulegen. Das Segel dieses kleinen Schiffs ist mit dem Wappentier der Waldleute verziert und auch die rote Flagge zeigt die Zugehörigkeit zu dieser Fraktion. Den Bug ziert eine Galleonsfigur, die den Kapitän an seine verschollene Tochter erinnert. Am Heck, das mit zwei Lampen ausgestattet ist, wird das klare Farbkonzept fortgesetzt. Mit dem Steuerrad wird das Ruder betätigt, um das Schiff auf Kurs zu halten. Auf Deck ist genug Platz für verschiedenste Ladung, darunter Honig aus der Inkerei der Waldleute, eine Kiste und ein Fass mit feinsten Früchten. Eine Löwenwache wartet bereits am Kai, um die Ware zu verzollen. Bleibt nur noch das gut gesicherte Wachhaus der Löwenritter. Über der massiven Holztüre erinnert ein schwarz-gelbes Fachwerk an längst vergangene Tage und das Dach ist mit schlichten grauen Schindeln eingedeckt. Außerdem verfügt das Gebäude über einen hohen Aussichtsturm mit Glocke, um ankommende Schiffe und Kutschen schon früh zu sehen und die Bewohner der Ortschaft vor Gefahren zu warnen. Von innen lässt sich die Türe mit einem Balken versperren, um den Zutritt zu verwehren und ein eigener Brunnen lässt die Wachen auch einer Belagerung standhalten. Im Obergeschoss findet man einen Schreibtisch mit Schreibfeder, einer Kerze und einem goldenen Pokal. Offenbar sind die Wachen hier sehr wohlhabend. Die fünf einzelnen gut verständlichen Schritt für Schritt Bauanleitungen für diese Modelle mit jeweils eigener Teileliste findet ihr auf replicable.com. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Wer auch Teil 2 der Burg umbaut, wie ich es vor kurzem gezeigt habe, hat damit eine Mittelalterwelt mit allem was man sich nur wünschen kann. Sofort fallen einem unzählige Geschichten ein, die sich hier abspielen könnten. Es werden dabei ganze 94 Prozent der Teile des Sets verbaut. Das hier ist alles, was übrig bleibt. Wer gerne seine Burgen erweitert, kann das Wachhaus einfach in die Burg der Löwenritter integrieren. Dann hat diese auch endlich einen Brunnen. Oder ihr erweitert die Festung der Falkenritter. Zu denen passt das schwarz-gelbe Fachwerk natürlich noch besser. An dieser Stelle nochmal danke für die guten Vorschläge in den Kommentaren. Ich bin froh, dass ich einiges davon umsetzen konnte und hoffe, dass euch das Ergebnis gefällt. Wenn ihr lieber ein großes Bauwerk als viele kleine mögt, wird euch mein nächster Umbau der Löwenritter Burg gefallen. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Beide für die Zolle des Sets von Geist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020